Oh, wie soll ich dat denn machen? Wie soll ich das denn machen? Das ist ja bescheuert. Das ist ja richtig bescheuert. Aber warte mal, vielleicht kommt er hier hoch. Wie soll ich das machen? Irgendwie mit dem Giftreis und dann schnell zu dem anderen, aber... Boah, das können die nicht von mir verlangen. Wie soll ich das machen? Moment mal, ich probier's mal. Ah ne, der fällt dann runter, alles klar. Oder was? Oh man, was? Warum? Boah, alter Schwede. Nein! So. Wie soll ich das machen? Oh Gott. Zwei Gegner? Und der eine, kommt der jetzt hier hin? Ne. Das interessiert den nicht, okay? Alter. Wo ist der... Ja, ja, er ist runtergefallen. Ja, toll. Das schaff ich nicht. Das krieg ich so nicht hin. Dann muss ich irgendwie anders da hin. Oder was? Oh. Wieso? Ne. Das geht nicht. Der andere, der bewegt sich nämlich nicht. Moment mal. Der andere bewegt sich nicht. Das heißt, ich geh da anders hin. Ne. So rum geh ich da definitiv nicht hin. Oder? Moment mal. Ich hab ne andere Idee. Vielleicht. Ne. Hier kann man nicht durch. Okay. Ne. Dann muss ich da anders hin. So. Dann gehen wir wieder hier raus. Die sind ja... Hier drunter sind die ja, ne? Okay. So. Dann muss ich jetzt noch irgendwie... Hier runter kommen. So. Wie war denn das jetzt hier nochmal? Hier ist kein Eingang, ne? Da kam ich her. Hä? Komm ich da nochmal hin? Das ist ja jetzt die Frage, ne? Oder ist das jetzt ernsthaft so gewollt? Moment mal. Moment mal. Ist das jetzt so gewollt? Das können die nicht erwarten. Das können die nicht erwarten, dass ich da jetzt... Zwei Gegner dicht beieinander kille. So. Dann gehen wir bitte da hoch. So. Dann war ja hier auch noch was. Genau. Da geht's ja rein. Zu den ganzen Abgründen, ne? Da hinten. Ich höre ein Wespen ist. Ja. Da ist einer. Okay. Alles klar. Er kommt doch nochmal raus. So. Ah nein. So. Okay. Alles klar. Dann gehen wir wieder rein. Und... Und zack. So. Weg mit dir. Wie komme ich jetzt nochmal dahin? Da waren nämlich zwei Gegner. Und die muss ich eigentlich mitnehmen für die Statistik. Ah. Ah. Da ist noch einer. So. So. Alter. Was? Wieso? Ja. Hä? Was macht der da? Was macht der da? Warum? Willst du mich verarschen, Junge? Der will mich echt verarschen? Kann das sein? Das ist ja wohl die größte Verarsche, die ich jemals gesehen habe. Warum? Warum? Der Giftreis. Der hat den nicht interessiert. Warum nicht? Die wollen mich hier echt verarschen. Irgendwie kann das sein? Was? So. Jetzt aber. Jetzt aber. Meine Fresse, ey. Weg mit dir. Äh. Da ist noch einer. Hier ist einer auf 68. Da oben wahrscheinlich, ja? Äh. Nö. Moment mal. Komme ich hier vielleicht? Moment. Oder? War das die Stelle mit dem... War das die Stelle mit dem Abgrund? Ja, ja, das war die Stelle mit dem Abgrund. Nee, lass mal. Nee, 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 nee. Oder? Ich kann ja nicht runter gucken. Doch, das ist die Stelle. Ja, ja. Nee, nicht machen. Okay. Äh. Dann? Nö. Das war's. Das war's hier. Das war's hier. Ich wollte ja noch überall Gegner rumrennen, aber irgendwie. Keine Ahnung. Hier muss ich doch hin. Aber Moment mal, vielleicht... Ja, in die Richtung ist ja... Nee, hier komm ich her. Moment. Hier komm ich her. So. Oder? Wo komm ich her? Ich bin so verwirrt. Äh. Da sind noch Gegner. Ich will die mitnehmen. Aber wenn ich dann entdeckt werde, dann bringt das auch nichts. Wie kommt man da rein, sag mal? Äh, das war ja da vorne. Also irgendwo hier auf jeden... Oh Gott. Nö. Das ist so riskant. Das ist so riskant. So, halt dich mal bitte da fest. Danke. So. Ist hier durch? Ja, jetzt komm ich ja wieder an diese... Hier ist auch noch einer drunter, ne? Oder drüber. Drüber ist der, okay. Der ist oben. Frage ist, wie komm ich da hin? Hoch. Das können die echt... Die erwarten jetzt echt von mir, dass ich jetzt hier die beiden Typen kille, oder was? Zwei Gegner. Ernsthaft? Das kann ich mir nicht vorstellen. Moment mal, ist da eine Lücke? Ist da eine Lücke in der Felswand? Nö, es sieht nur so aus. Scheiße. Kann ich hier hoch? Nö. Die erwarten jetzt ernsthaft von mir, dass ich da zwei Gegner kille, die auf engstem Raum stehen? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, dann nimm den bitte. Ja. Okay. Ich probiere es einfach, also... Ja, da ist der eine schon mal weg. Das ist schon mal gut. So. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Boah. Alles klar. Alles klar. Ich hab sie. Ich hab die gekriegt. Alter, wie krass. Ohne entdeckt zu werden. Ja, das war... Geil. Aber ich glaub nicht, dass der... Oh Gott. Ich glaub nicht, dass der eine Kill zählt. Weil der ja selber runtergesprungen ist. Was ist hier? Ist auch ein Abgrund. Oder was? Hier ist auch ein Abgrund. Okay, ich verstehe. Ah. Komisches Soundgucker hier. So, wo bin ich denn jetzt? Ich kann hier nirgendwo hoch, ne? Oder was? Ah, dieses Level ist so verwirrend. Aber auch da könnte ich wieder hoch. Aber will ich das? Jetzt hab ich die ja hier gekillt. Und jetzt ist hier nix. Ach, wisst ihr was? Ich glaub, ich geh jetzt einfach... Ich geh jetzt einfach zum Ziel. Ja, ja. Naja, ich hab die beiden Typen halt gekillt. Das wollte ich ja nur, ne? Auch wenn's wieder ne miserable Statistik wird wahrscheinlich, weil ich irgendwie 50.000 Mal entdeckt wurde. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich ja jetzt auf die andere Seite rüber. So, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ja, mit dem Kletterhaken. Einfach hier hinschmeißen. Genau. Weil ich keinen Bock hab, immer wieder von unten nach oben zu springen. So. Dann. Ah, es geht noch weiter. Ah, okay. Na ja, ich weiß. Ich weiß, ich kenn das hier. Das war ja das, wo ich mit Rikimau so abgefehlt habe. Nee, nee, nee. Hier geh ich nicht nochmal hin. Vergesst es, Freunde. Aber hier muss ich wahrscheinlich hin, hä? Moment mal. Ich hab doch den Tipp gelesen, dass hier irgendwo noch ein anderer Weg ist. Moment mal. So, ich geh dann nochmal hier hoch. Kurz. Dann muss doch hier irgendwo was sein. Nee, das ist nur da. Moment mal. Das war die Ecke? Äh. Äh, hä, hä. Ich häng schon wieder hier. Ich häng schon wieder hier. Das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein hier. Weil hier war ja nur so eine Sackgasse. Da hinten. Hier war ja nur die Sackgasse. Oder gehst du da hinten jetzt rein? Egal, ich probier's einfach. So. Okay, dann. Ah, genau das hab ich befürchtet. Dass ich wieder dann vorbeispringe, ey. Ich muss nochmal neu spielen. Mann, ey. Ja, ich spiel wieder bis dahin. Also, bis gleich. So, hallo zusammen. Ja, da bin ich wieder. Äh, ich bin jetzt nur ein bisschen weitergegangen hier an diesem... ...Scheiß-Teil hier. Und, ja, wie gesagt, also hier ist eigentlich nix. Ich probier's nochmal hier. Moment mal, wieso ist denn jetzt hier ein Durchgang? Ah, ne, ist nur das Item. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Das will ich aber haben. Vielleicht ist das niedergeworden wie der Geburt. Hä? Das... Ah, das sind die Dings. Das sind diese Joto-Schwerter, oder was? So, und jetzt? Ich muss irgendwie jetzt... Moment mal. Kann ich mich da hinhangeln? Eine Sekunde mal. Kann ich mich da hinhangeln? Also, das wäre natürlich dann die Lösung jetzt. Ich guck's einfach. Und... Ja! Ich kann... Aber ich muss hier hinter. Ich muss hier hinter und da war irgendwo anders der Weg. Ich erinnere mich doch dran. Ja. Naja gut, Freunde. Äh... Oder Moment mal. Wo? Ah, Moment mal. Ne, Quatsch. Kann ich dich hier hoch? Ach. Ah, das war, glaube ich, auch mit dem... Äh... Tipp gemeint hier, hä? Moment mal. Das ist nämlich eine kleine Fehlkonstruktion hier. Oder auch nicht? Hä? Komme ich da jetzt nicht hoch? Oh, nee. Das geht doch nicht, oder was? Geht das nicht? Doch! Ha! Es ist eine Fehlkonstruktion. Alles klar. Ja, na dann. Aber was soll ich hier jetzt? Moment mal. Wo bin ich denn jetzt? Oder war ich hier schon? Ich befürchte, dass es hier schon war. Moment. Oh Gott, das geht wieder lange, das Level. Ja, keine Ahnung. Ne. Hä? Hä? Moment mal. Ist das jetzt hier eine... eine Sackgasse oder was? Ne, das glaube ich... Ah, ich kann da raus. Moment mal. Ich kann da raus. Sekunde mal. Guck mal da. Oh, danke. Oh ja, Gott sei Dank. So, da will ich nie wieder zurück. Sehr schön. Okay. Ja, dann ist ja jetzt... Da muss ich ja jetzt einfach hier irgendwo raus, ne? Alles klar, Frage ist jetzt... Ah, okay. Erledigt. Alles klar. So. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier keine Abgründe mehr, ne? Kann ich ja ein bisschen mutiger sein. Da ist... Ah, ich verstehe. Okay. Da sind zwei Gegner. So. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. So. Okay. Wenn er dann zurückgeht, dann ist er dran. So. Ja, geh weg. So. Ich glaube, man kann bis 50. Genau. Bis 50 kann man. Und dann entdecken die einen. Okay. So. Ah, ich habe so Schiss. Ey, wirklich. Ah, Moment mal. Kann ich ihn vielleicht hier mit dem Giftreis ein bisschen hinlocken? Geht das? Sieht er den? Wo ist der? Hallo? Ist der wieder weg? Ne, da liegt er. Sieht er den? Na toll, der sieht ihn nicht. Scheiße. So, wenn er sich jetzt... Und. Yes. Boah. Sorry, da habe ich mich gerade konzentriert. So. Ah, ich erinnere mich. Hier war das Aufeinandertreffen mit Tatsumaru. Gut. Ja, ich erinnere mich. Hier muss ich auch hin. Da ist der nächste Gegner da hinten. So. So. Dem kann ich aber, glaube ich, den Giftreis da hinschmeißen, oder? Nein, 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 nein. So. Oder entdeckt er mich dann? Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war so blöd. Wahrscheinlich. Oh Gott. Ja. Hab deinen Krampf. Und dreh dich rum. Dreh dich doch rum! Warum? Äh. Normalerweise drehen die sich doch immer um. Fuck. Das war jetzt Verschwendung. Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass der sich nicht rumdreht, ey. Shit. Schöne Giftreis, ey. Voll verschwendet. Der geht aber zurück auf seine Route. So, jetzt ist er dran. So. Penner. Mann. So. Okay. Hier kann ich aber nochmal raus, oder wie? Hier kann ich irgendwie raus. Ja. Oder? Kann ich hier... Kann ich hier noch was machen? Ah. Schaut mal da oben. Da kann ich noch hin. Ja, das war... Nee, das war nix. Moment. Ich glaub da oben muss ich auch hin, hä? Äh, hä? Warum kann ich mich da nicht dran hochhangeln? Moment mal hier ist... Ist hier auch ne Treppe oder so? Nee. Gut, na dann... Probier ich das mal hier. So. Es geht nicht. Warum geht das nicht? Das Spiel will mich ein bisschen verarschen hier irgendwie, hä? So. Jetzt aber. So. Dann. Der ist oben drüber noch. Okay. Aber hier ist nix. Oh Mann. Okay. Irgendwie kann man noch raus. Los. Ja. Äh. Hä? Was hat... Eie. Ah, da oben. Alles klar, da oben ist der. So. Dann. Hänge dich mal da dran. So, da. Ah, jetzt häng ich hier. Super. So, egal. Ich trau mich mal was. So. Ja, es ging. Okay, geil. So. Ah. Mach deine Hampeleien und kill ihn. So. Sehr schön. Weg mit dir. So. Jetzt will ich aber eigentlich auch... hier weg. Also. Ich weiß, hier waren noch ein paar. Aber, ja. Keine Ahnung. Hä? Tatsumaru? Hä? Ist es du? So. Tenrai hat dich auch geändert. Halt! Ich bin sorry, Tatsumaru. Aber ich kann es dir nicht ermöglichen, dass ich das an Tenrai geben kann. Ich verstehe. Ich bin es nicht. Schicksal, dass du noch nicht mit mir bist. Du bist noch kein Punkt für mich, kleinere sinnerin. Ich will dich nicht töten, aber ich muss es, wenn wir wiederbekommen. Auf Wiedersehen. Ja, das hast du im zweiten Teil auch schon gesagt. Sieht so aus, dass niemand die Garten der Hölle diese Tage beschädigt. Huh, sie hat hart gewachsen. Also beim letzten Mal war ich irgendwie Thug oder so. Ja. Es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht Bombe, ne. Ist klar. Aber, ja. Keine Ahnung, extrem schweres Level und wir haben Tatsumaru wieder gesehen. Hey. Sehr geil, okay. Gut. Was für Items kriegen wir? Doch einige. Na ja gut. Würde ich mir sagen, ziehe ich mir nochmal die nächste Cutscene rein und trinke nebenbei Erdbeamilch. Ja, genau. With two out of the three jewels in possession by Tenrai, Lord Goda decides that his only chance of winning would be to conduct a surprise attack. Goda's men are sent across the land to find out where Tenrai is hiding. After a few days, the men gather information that Tenrai has set up a fortress on a nearby island. Any boats would be easily spotted, but a surprise attack could be conducted through a tunnel from within the limestone caverns that connects the island to the mainland. During the process of gaining this information, Goda loses half of his army. And Sekia, his advising council, was taken hostage by the enemy within the limestone caverns. You must go to the limestone caverns and rescue the council Sekia. Princess Kiku, Lord Goda's daughter, hand you her sister's bells for good luck. I am only loaning these to you, you know. Kiku, yes. I return them to you when I get back. That's a promise, Ayame. Ah, yeah, okay. That's the devil with the nice mucca. This dum-dum-dum-dum-dum. Chik-chik-chik-chik-chik. Yeah, genau. Nee, wie gesagt, wir sollen jetzt den Kanzler oder Councilmember, irgendwie sowas, sollen wir befreien. Und dafür haben wir halt, sollen wir die Schwesterglöckchen nehmen von Prinzessin Kiku. Und ja, genau. Aber das, meine Freunde, sehen wir erst das nächste Mal. Ich schneide das jetzt erstmal und mache jetzt erstmal Schluss. Ich habe nur noch ein Giftreis, wie ich sehe. Und wir haben ein neues Item. Was ist das denn? Schwester wird... Ah, mit Gift... Äh, mit Giftkillingen. Das ist ja geil. Was ist das? Kasumi und Shizuku. This is life to kill. Ah, ich verstehe. Okay, alles klar. Gibt's doch nur bei Eier am anscheinend. Okay. Ja, Freunde, wie gesagt, dann schneide ich das jetzt zusammen. Und dann freue ich mich über Kommentare oder Feedback. Und ja, da muss ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.